Mein Name ist Aline Planson. Ich habe zwölf Jahre bei Interpol gearbeitet und habe ein Programm zur Bekämpfung von Pharmakriminalität entwickelt. Ab 2006, nachdem uns von der wachsenden Gefahr durch gefälschte Medikamente berichtet wurde, haben Ron Noble, der damalige Generalsekretär und ich eine Spezialeinheit aufgebaut, um das Phänomen zu bekämpfen. Aline Planson im Einsatz gegen die Fälscher. Sie operieren international wie hier in Tansania. Ihre Verfolgung ist gefährlich und oft frustrierend. Wenn man immer wieder sieht, dass Grenzen sehr durchlässig sind, dass Apotheker und andere aus der Branche bestechlich sind. Gesundheitsbehörden auch. Das alles hat mich motiviert. Denn es geht um ein absolut unmoralisches Verbrechen. Und diejenigen, die darin verwickelt sind, haben leichtes Spiel. Es gibt keine angemessenen Strafen. Die Möglichkeiten der Ermittlungsbehörden sind begrenzt und reichen nicht aus. Und die Kriminellen wissen das ganz genau. Um ihre Produkte zu schützen, verfolgen auch führende Pharmafirmen die kriminellen Fälschernetzwerke. Mein Name ist Hans-Joachim Will. Ich bin 30 Jahre im Polizeidienst gewesen, davon die meiste Zeit bei der Kriminalpolizei. Und bin von dort in den Pharmabereich gewechselt, zu einem der größten Pharmahersteller weltweit. Und habe dort ausschließlich im Bereich Medikamentenfälschungen gearbeitet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass weltweit 10 Prozent aller Medikamente minderwertig oder gefälscht sein könnten. Am härtesten trifft es die ärmeren Länder. Aber auch bei uns werden immer häufiger Fälschungen entdeckt und beschlagnahmt. Wie sicher sind deutsche Apotheken? Die deutschen Apotheken sind relativ sicher. Aber man ist auch in der Apotheke nicht davor gefahrt, irgendwann mal eine Fälschung in die Hand gedrückt zu bekommen. Das haben ja Fälle in den letzten Monaten mehrfach bewiesen. Petra H. lebt seit sechs Jahren mit der Diagnose Nierenkrebs. Es bilden sich neue Metastasen. Kann es sein, dass ihre Krebsmedikamente nicht gewirkt haben? Gerade der Nierenkrebs ist eine ganz fiese Krebsart. Da verstecken sich Metastasen jahrelang und kommen dann raus. Und dann geben die was, was vielleicht gar nicht hilft. Ja. Ist natürlich, was sollen sie da machen? Das ist Hilflosigkeit. Daher bekommt sie einfach Hilflosigkeit. Und das ist auch eine Sache, die mich wahnsinnig wütend macht. Petra H. weiß von Anfang an, dass es keine Heilung für sie gibt. Trotz des fortgeschrittenen Stadiums gelingt es den Ärzten an der Uniklinik München, ihr Leben zu verlängern. Sie verschreiben ihr Krebsmedikamente, darunter das hochpreisige Soutent des Herstellers Pfizer, das Frau H. aus einer deutschen Apotheke bezieht. Die Patientin hat durch die Einnahme des Medikamentes eine gute kontrollierte Tumorsituation gehabt. Bei einer erneuten Packung war die Wirksamkeit überhaupt nicht mehr gegeben. Und die Patientin hatte auch keine Nebenwirkungen mehr, sodass wir davon ausgehen, dass das eine Medikamentenfälschung war. Und dann nach Einnahme des gefälschten Präparates kommt es zum Wachstum von neuen Metastasen bei der Patientin, die sie sonst nicht gehabt hätte in dieser Situation. Und durch die Pause, das heißt durch die Nicht-Einnahme dieses Medikamentes, durch Weiterführung eines wirkungslosen Medikamentes, hat sich sicherlich Lebenszeit verloren. Nur eine Fälschung, so Professor Stähler, könne schuld sein an der dramatischen Verschlechterung des Krankheitsverlaufs bei seiner 65-jährigen Patientin. Das ist eine Katastrophe. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, im Rahmen einer Krebserkrankung ein frühzeitiges Ableben in Kauf zu nehmen, ist für mich ein billigendes Töten von Patienten zur Maximierung eigener Profite. Der Patientin wurde Lebenszeit genommen. Sie vertraute den Medikamenten, fühlt sich jetzt ausgeliefert. Als Patient stecken sie da nicht drin. Da können sie nur sagen, wie furchtbar das ist und wie schrecklich und gemein und was alles. Aber sie haben keine Handhabe. Die Politik verweist auf umfangreiche Vorschriften für die Pharmabranche und ein engmaschiges Kontroll- und Meldesystem. Apotheker Dr. Detlef Glas, der sich seit Jahren mit gefälschten Medikamenten beschäftigt, ist eher skeptisch. Ich habe mal gegenüber einem Staatsanwalt die Aussage getroffen, dass wenn eines meiner Kinder an Krebs erkranken sollte, dann vertraue ich den Vertriebswägen in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr. Vertrauen ist, sag ich mal, das höchste Gut in der Arzneimittelversorgung. Wenn Patienten nicht mehr Vertrauen in die Apotheke haben, wenn der Apotheker kein Vertrauen mehr in die Qualität des Arzneimittels hat, dann sieht das aus meiner Sicht schlecht aus. Apotheker Glas verkaufte selber hochpreisige Krebsmedikamente. Er kennt auch die zwielichtigen Seiten der Branche. Da schließe ich eigentlich alle ein, sowohl alle, was einen weißen Kittel trägt, da meine ich den Arzt mit, da meine ich den Apotheker mit. Da meine ich aber auch die mit, die hinter den Kulissen, also mit diesen teuren Arzneimitteln, an den offiziellen Vertriebswegen vorbei, diese Ware billiger an den Markt drücken, weil der kaufmännische Grundsatz, im Einkauf liegt der Gewinn, ist hier, sag ich mal, die treibende Kraft. Der Handel mit Arzneimitteln ist ein globales Geschäft. Dabei bewegt sich auch die illegale Ware im Strom der legalen Handelsrouten. Es locken hohe Gewinne, sagen Ermittler. Immer wieder werden Fälschungen sichergestellt, wie hier in Frankfurt. Es wird letztendlich alles gefälscht, von Antibiotika bis zur Antibabypille. Und das ist offensichtlich die Versenderfirma in Indien. Mit 1000 Euro Investment in diesem Bereich Medikamentenfälschung können Sie bis zu 500.000 Euro verdienen. Der Zollfahndung Essen gelingt der bislang größte Schlag gegen die Fälschermafia in Deutschland. Millionen illegaler Medikamente werden bei dieser Aktion beschlagnahmt. Nach monatelangen Observationen und anderen verdeckten Ermittlungen in ganz Europa. 3,5 Millionen Tabletten, Riesenaufgriff. Und ja, das zeigt ein bisschen die Bandbreite. Wir haben eine Art von Psychopharmaka, das auch zu Abhängigkeit führen kann. Wir haben Antibiotikum, das gefälscht worden ist. Geschätzter Wert der illegalen Medikamente 14 Millionen Euro. Das war eine Bande, kann man ja so landläufig sagen, in dem ein, der Drahtzieher in den Niederlanden saß. Dieser Drahtzieher hatte indische Wurzeln. Diese indischen Wurzeln und diese Kontakte hat er auch genutzt, um eben in Indien diese illegalen Arzneimittel einzukaufen. Auf den sichergestellten Kartons Absender der illegalen Waren. Die Spur führt nach Mumbai, heute Drehscheibe der internationalen Pharmaindustrie. Niedriglohnländer wie Indien haben Deutschland, das früher als Apotheke der Welt galt, längst in Rang abgelaufen. Die in Essen beschlagnahmten Tabletten stammen, laut Zollpapieren, von indischen Pharmaherstellern, die ihre Medikamente und Wirkstoffe in die ganze Welt liefern. Der größte und angesehenste indische Pharma-Konzern war jahrelang Rambaxi. Bis ein Mitarbeiter, Dinesh Thakur, sein Schweigen brach, die amerikanischen Behörden informierte und damit zum ersten Pharma-Whistleblower Indiens wurde. Am Ende musste Rambaxi in den USA eine halbe Milliarde Dollar Strafe zahlen. Die Firmen wollen Geld verdienen. Die Regierungen wollen Gesundheitsversorgung für ihre Bevölkerung sichern. Ein heeres Ziel. Aber sie bewegen sich auf einem sehr schmalen Grad. Denn sie wollen die Kosten unter Kontrolle behalten. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ja, Kosten sind wichtig und bislang haben wir uns nur auf die Kosten konzentriert. Sind dadurch etwa Qualitätsprobleme entstanden, von denen wir noch nicht einmal abschätzen können, welches Ausmaß sie haben. Große Pharmakonzerne lassen in Niedriglohnländern produzieren. Preiswerte Nachahmermedikamente, Generika ebenso wie teure Originalpräparate. Damit werden Kosten gespart und es wird weniger kontrolliert. Trotzdem sollten die internationalen Richtlinien zur Qualitätssicherung, die Good Manufacturing Practice eingehalten werden. Das Problem, die Auftragsproduzenten lagern ihrerseits zu Subunternehmern aus. Niedriglohnherstellung in Indien funktioniert so. Sie beauftragen ein drittes Unternehmen, ein kleineres Subunternehmen, wo kaum kontrolliert wird. Dort wird das Produkt hergestellt. Dann geben sie ihr Logo drauf und das geht dann in den Export. Schätzungsweise 15.000 pharmaproduzierende Unternehmen gibt es überall in Indien. Wie hier am Stadtrand der 20 Millionen Metropole Mumbai. Dieser Hersteller für Medikamente und Wirkstoffe lässt Filmaufnahmen zu. So kann ausgelagerte Produktion auch aussehen. Die mögliche Folge, sogenannte Substandard-Arzneimittel, minderwertige und verunreinigte Medikamente. Die Richtlinien zur Qualitätssicherung sehen anderes vor. Das Problem bei Substandard-Medikamenten ist, dass es nicht in zwei, drei oder zehn Tagen Todesopfer geben wird. Denn hier geht es um Medikamente für chronische Erkrankungen. Es wird Jahre dauern und am Ende wird man sagen, der Mensch wäre sowieso gestorben. Minderwertige und gefälschte Medikamente sind in Indien nicht die Ausnahme, sondern Alltag. Offizielle Zahlen gibt es nicht, nur Schätzungen. Demnach sind bis zu 30 Prozent der im indischen Markt befindlichen Arzneimittel gefälscht, gepantscht, unter- oder überdosiert. Kalkutta ist voll mit Menschen, die medizinisch unterversorgt sind. Das sind Massen. Der Bedarf ist immer viel größer, als man leisten kann. Die Hilfsorganisation German Doctors betreibt mehrere Ambulanzen in Kalkuttas Armenvierteln und versucht seit Jahren, ihre Medikamentenversorgung sauber zu halten. Wenn die Medikamente natürlich gar nicht das enthalten sollten, was auf dem Label draufsteht, dann haben sie mehrere Probleme. Der erste ist, die Krankheit des Patienten geht nicht weg. Zweitens, es werden einige Bakterien überleben. Diese werden resistent sein gegenüber diesem gewählten Antibiotikum. Sonst wird dieser Patient diese Keime dann auch wiederum andere weitergeben, die dann schon mit Keimen erkranken, die mit diesem Medikament schon gar nicht mehr zu packen sind. Diese Keime breiten sich dann auch weiter aus. Vor der Gefahr der sich ausbreitenden Keime warnen die German Doctors und andere seit vielen Jahren. Doch die Folgen des Handels mit Substandardpräparaten und gefälschten Arzneimitteln lassen sich heute offenbar kaum noch eindämmen. Ebenso wie nicht die Entwicklung auf dem unüberschaubaren indischen Medikamentenmarkt. Auf den Pharmagroßmärkten Indiens werden Fertigpräparate und Wirkstoffe wie an einer Börse gehandelt. Sowohl für den einheimischen Markt als auch für den weltweiten Export. Die indische Pharmaindustrie boomt seit den 1970er Jahren mit großen Umsatzsteigerungen und wiederholten Skandalen. Die Firma, für die ich ein Jahr lang gearbeitet habe, stellte unter anderem HIV-Medikamente her. Stellen Sie sich vor, Sie haben es mit Menschen zu tun, die so verletzlich sind. Und ihre einzige Hoffnung sind diese Medikamente. Und die Medikamente, die diese Firma verkauft hat, waren im Grunde genommen Zuckerpillen. Für Dinesh Takur sind die europäischen Kontrolleure eher Papiertiger. Die Europäische Union verlangt ein Zertifikat, das belegt, dass ein Medikament gemäß der Good Manufacturing Practice hergestellt wurde. Ausgestellt von der einheimischen Kontrollbehörde des Herkunftslandes. Ich weiß, dass indische Kontrollbehörden solche Zertifikate ausgestellt haben, ohne jemals die Produktionsstätten gesehen zu haben, die das Produkt exportieren. Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass man in der EU nicht weiß, dass ein Exportzertifikat der indischen Regierung, das die Einhaltung der Good Manufacturing Practices garantieren soll. Nicht mal das Papierwert ist, auf dem es geschrieben ist. Gefälscht werden in Indien auch klinische Zulassungsstudien. Der Fall GVK Biosciences, eine Firma mit Weltruf, bis ein Mitarbeiter auspackt. Er wendet sich an europäische Arzneimittelbehörden und beweist, GVK Biosciences hat jahrelang systematisch Zulassungsstudien für Generika für den europäischen Markt gefälscht. 700 dieser Produkte mussten vorübergehend aus dem Handel genommen werden. Allein in Deutschland 80 Präparate. Meinen Sie, die Regierungen wissen nichts davon? Natürlich wissen sie es. Der Skandal um die gefälschten Zulassungsstudien erreicht auch das Deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BFARM in Bonn. Es ist für Arzneimittelsicherheit zuständig. Präsident Professor Karl Bruch, einer der wichtigsten Kontrolleure Europas. GVK Biosciences war der erste Fall. Und natürlich haben wir diese Risiken jetzt zur Kenntnis genommen, haben einfach auch festgestellt, dass es nach wie vor passiert. Und die Möglichkeit, die wir haben jetzt als Regulatoren, ist eben verstärkt zu inspizieren und einfach dafür zu sorgen, dass da, wo Unregelmäßigkeiten passieren, wo wir sie feststellen, dass sie auch ganz konsequent verfolgt werden. Je mehr Kontrollen stattfinden, desto mehr Missstände gelangen ans Licht. Derzeit stehen 44 indische Firmen im Visier der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA. Die US-Inspektoren haben herausgefunden, dass Mitarbeiter dieser Produktionsfirmen bei Qualitätskontrollen für Exportwaren, die nicht den Qualitätsanforderungen genügen, nachweislich die Tests so lange wiederholen und manipulieren, bis die Untersuchungsergebnisse passen. Seit Dinesh Thakur sein Wissen den amerikanischen Behörden offenbart hat, sind 19 FDA-Inspektoren dauerhaft in Indien stationiert. Eines der 44 Unternehmen, gegen die die amerikanische Arzneimittelbehörde ermittelt, ist der indische Pharma-Riese M-Cure. Auch hier lautet der Vorwurf unter anderem schwerwiegende Verstöße gegen die Good Manufacturing Practice. M-Cure produziert mehr als 400 Produkte, Generika und Wirkstoffe. Zu den Abnehmern gehören die größten internationalen Pharmakonzerne. Seit 2012 hält M-Cure die internationalen Monopolrechte für das Krebsmedikament Bignu-Karmustin, laut Aussagen von Ärzten unverzichtbar in der medizinischen Praxis. Derzeit ermittelt die irische Arzneimittelbehörde in Dublin im Fall Bignu-Karmustin. Der Fall Bignu ist beispielhaft dafür, wie eine simple Transaktion zwischen zwei Ländern außerhalb der EU zur Gefahr für das europäische Vertriebssystem und sogar weltweit werden kann. Anfang 2016 werden mehrere Chargen des Krebsmedikaments Bignu-Karmustin aus Indien exportiert und an einen Pharmahändler in Israel geliefert. Ein Teil der Ware gelangt in Krankenhäuser. Der Rest wird an einen Großhändler in der Schweiz verkauft und von dort nach Korea. Mehrere hundert Menschen werden mit dem Medikament behandelt. Erst als der Schweizer seine Ware an einen deutschen Großhändler verkaufen will, wird dieser misstrauisch. Eingefädelt wurde der Deal über einen in Irland zugelassenen Zwischenhändler. Ein Großteil dieser Produkte kam tatsächlich auf den Markt und führte zu einer akuten Gefährdung der öffentlichen Gesundheit. Als der deutsche Importeur den Verdacht schöpfte, dass etwas nicht stimmt mit dem Medikament, hat er das dem Schweizer Großhändler gemeldet und der hat daraufhin das Gesundheitsministerium informiert. Die Schweizer Arzneimittelbehörde gibt die Information an das israelische Gesundheitsministerium weiter und verhindert so noch Schlimmeres. Denn die Laboruntersuchungen in der Schweiz bestätigen, bei den beschlagnahmten Präparaten handelt es sich um Fälschungen. Mit dem Originalwirkstoff, aber in zu geringer Dosierung. Der Name war falsch und der Wirkstoffgehalt war zu gering. Schon allein aus diesen beiden Gründen handelt es sich um ein verfälschtes Medikament. Das Unternehmen Taj Pharmaceuticals aus Mumbai steht im Verdacht hinter den illegalen Geschäften zu stehen. Online präsentiert sich die Firma im Hochglanzformat. Als globaler Player mit mehr als 300 Millionen Euro Jahresumsatz, mehreren Dependancen, unter anderem in Berlin, prämiert mit dem Innovationspreis der deutschen Wirtschaft. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Firmenanschrift in Mumbai führt zu einem heruntergekommenen Industriegebäude. Produktionsstätten gibt es nicht. Wer genau die Fälscher sind, wird noch ermittelt. Sie sollen die Original-Biknu-Wirkstoffe von einem indischen Subproduzenten bezogen haben und angeblich, so Insider, produziert auch M-Cure das Medikament nicht selber, sondern wird von demselben Subunternehmer beliefert. Obwohl dieser nicht über die erforderliche US-FDA-Zulassung verfügt. Wir haben die betroffenen Unternehmen zu den Vorwürfen befragt. Keines hat geantwortet. Was läuft hier falsch? Eine Firma behauptet, nicht nur das falsch dosierte Produkt, sondern auch den Wirkstoff hergestellt zu haben. In Wirklichkeit wurde alles von einem Subunternehmen produziert, das Teil der legalen Herstellungskette ist oder auch nicht. Es wird aber nicht offiziell deklariert. Also wissen wir überhaupt nicht, woher es in Wirklichkeit stand. Kommen so minderwertige Medikamente und Fälschungen auch in deutsche Apotheken? Die Arzneimittelkommission deutscher Apotheker gilt als unabhängig und als Teil der Risikoabwehr für den hiesigen Markt. Professor Martin Schulz berichtet von 8900 Verdachtsfällen allein im vergangenen Jahr. An Präparaten wie Camustin kann man das sehr schön darstellen, welche Probleme wir haben. Man sagt, dass über 80 Prozent der Wirkstoffe in Indien und China hergestellt werden, dass teilweise lebenswichtige Arzneistoffe nur noch in Indien oder China hergestellt werden. Und das Problem ist, dass heutzutage leider da ganz viele Vermittler, Zwischenhändler, Importeure, Länderübergreifenden und sogar Kontinentübergreifenden dazwischen sind. Und diese Vertriebskette dann völlig aufgeweicht wird, komplex wird, unübersichtlich wird, intransparent wird. Und da muss man einfach sagen, die lückenlose Kontrolle ist nicht so, wie sie eigentlich wohl sein sollte. Apotheken sind in Deutschland dazu verpflichtet, täglich ein Medikament zu kontrollieren. Das bedeutet eine Suche nach äußerlichen Auffälligkeiten. Es ist natürlich, gebe ich zu, eine sehr makroskopische Untersuchung. Geht sicherlich nicht ins Detail. Also Sie werden nicht glauben, wie viele Fehler da auch schon passieren. Apotheker Glas meldet regelmäßig Verdachtsfälle an die Arzneimittelkommission, auch an Herstellerfirmen. Weil jetzt sind hier hochsensible Daten. Also, Brüchtsfall, Verdacht auf Qualitätsmängel. Qualitätsmängel. Meine Erfahrungen sind die auch, wo wir teilweise direkten Kontakt mit Herstellern hatten, bei Verdacht von Arzneimittelfälschung, dass die Hersteller da komplett abblocken und dieses Thema am liebsten totschweigen. Noch ein Beispiel. Der Pharmakonzern Pfizer und das Krebsmittel Soutent. Pfizer hat es 2006 auf den Weltmarkt gebracht. Ein neuartiges Präparat, das als Tablette eingenommen wird und mehrere tausend Euro pro Monat kostet. 2011 beauftragt Pfizer Wirtschaftsdetektive. Sie sollen herausfinden, ob das teure Soutent in Deutschland illegal erhältlich ist und treffen in Berlin einen Zwischenhändler aus Großbritannien. Sie tarnen sich als Pharma-Großhändler. Das geht aus uns vorliegenden, geheim gehaltenen Dokumenten hervor. Ergebnis des ersten Treffens in einem Hotel am Kurfürstendamm? Die illegale Ware scheint lieferbar über Pakistan, angeblich im Diplomaten-Gepäck. Die Detektive informieren Pfizer und recherchieren weiter. Dann die Überraschung. Pfizer weist sie an, ihre Ermittlungen einzustellen. Angeblich aufgrund der Sorge um das Ansehen der Firma. Firmeninterne Laborberichte belegen, dass Pfizer zu diesem Zeitpunkt bereits über Soutent-Fälschungen informiert ist. Darunter Fälschungen ohne Wirkstoff, Präparate mit zu geringer Dosierung und auch gefälschter Original-Wirkstoff. Eine offizielle Warnung gibt es nicht. Erst als 2013 und 2014 Soutent-Fälschungen in deutschen Apotheken entdeckt werden, von Kunden, informiert Pfizer die Aufsichtsbehörde. 2014 warnt das BfArm die Öffentlichkeit vor den Fälschungen. Unsere Fragen zu den Privatdetektiven lässt Pfizer unbeantwortet. Man wolle den Fälschern ihr Werk nicht erleichtern, heißt es. Im Übrigen produziere Pfizer in einem geschlossenen System. Es habe in der Pfizer-Lieferkette in Deutschland seit mindestens zehn Jahren keine Fälschungen gegeben. Für eventuelle Fälschungen bei Parallelimporten sei man nicht verantwortlich. Man unterstütze aber auch dann die Behörden bei der Aufklärung. Pfizer produziere Soutent ausschließlich in Irland, Italien und Singapur. Wo der Wirkstoff Sunitinib hergestellt wird, sagt der Konzern nicht. Was aber geschah im Fall der Krebspatientin Petra H.? 2016 hat sie das Mittel eingenommen. Damals gab es keine Warnung. Ich hatte also Tent einmal genommen, über drei Monate. Und da hat es sich sogar verschlechtert, wohingegen es sich sonst verbessert hatte. Gibt es also doch Sicherheitslücken in der legalen deutschen Lieferkette? Handelt es sich um Reh- oder Parallelimporte? Prof. Michael Stähler versichert, er habe Pfizer umgehend über seinen Verdacht informiert. Die Patientin hat das Medikament über die ihr bekannte Apotheke bezogen. Hat es dort ganz normal auf ihr Rezept bekommen. Wir gehen davon aus, dass wir etwa fünf bis sieben Patienten hatten, die eine derartige Situation erlebt haben. Das heißt, ein wirkungsfreies Präparat haben. Ich kenne Kollegen, die ebenfalls mit diesen Präparaten zu tun haben, die Ähnliches berichten. Also wahrscheinlich ist die Dunkelziffer deutlich höher. Bei all diesen Patienten war es so, dass die übereinstimmend entweder über Farbänderungen der Verpackungen, über Beschriftungsänderungen der Verpackungen berichtet haben. Oder eben darüber, dass es sich um eine Kombination oder Reimporte gehandelt hat. Pfizer erklärt auf Anfrage, es seien aktuell keine Verdachtsfälle in Deutschland bekannt. Man werde der Sache nachgehen. Für Petra H. ist jeder Tag ein Kampf ums Überleben. Möchtest du das jetzt eigentlich noch? Möchtest du das jetzt noch machen mit den ganzen Medikamenten und so? Dann sehe ich meine Kinder und dann sehe ich die Hunde, dann sehe ich die Pferde. Dann denke ich, nee, also das geht nicht. Da musst du jetzt, da musst du schon noch ein bisschen stark bleiben. Dann möchtest du also schon noch erleben. Wer trägt die Verantwortung? Die Politik, Regulierungsbehörden oder die pharmazeutischen Hersteller? Während Pfizer die Ermittlungen der Detektive im Fall Zutent stoppte, finanzierte der Konzern, wie andere Pharmaunternehmen, die Spezialeinheit von Interpol zur Bekämpfung von Arzneimittelkriminalität. Deswegen geriet Interpol in die Kritik. Interpol war sehr glücklich, dass sie das getroffen haben. Interpol war sehr froh darüber, dass eine Gruppe von 29 Pharmaunternehmen uns damals finanziert hat. Zu einem Zeitpunkt, als die Organisation das Geld brauchte. Die Regierungen haben es vorgezogen, ihre Budgets in den Kampf gegen den Terrorismus, Drogenkriminalität und Menschenhandel zu investieren. Die Bekämpfung von Arzneimittelkriminalität hatte keine Priorität. Natürlich darf man nicht zu naiv sein und glauben, dass eine Gruppe von 29 Pharmaunternehmen, die ihr Geld zur Verfügung stellen, nicht eigene Interessen verfolgt. Natürlich wollten sie vor allem ihre Qualitätsprodukte schützen. Zu Fragen der Arzneimittelsicherheit sollten auch Vertreter der Pharmaindustrie zu Wort kommen. Wiederholte Bitten um Stellungnahme beim Bundesverband der Generikahersteller, hier bei einer Pressekonferenz zum Thema Engpässe bei der Arzneimittelversorgung, werden abgewiesen. Dabei bestätigt eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger für den Verband, dass es durch die Produktion in Niedriglohnländern auch Qualitätsmängel gäbe. Sie stellten ein Risiko dar für die Antibiotikaversorgung in Deutschland. Ein Lösungsvorschlag der Pharma-Lobbyisten, staatliche Förderung zur Rückholung der Produktionsstätten nach Deutschland. Auch die wichtigsten Verbände der Originalhersteller lehnen es ab, sich uns gegenüber zum Problem minderwertiger Medikamente und zu Schwachstellen in der legalen Lieferkette zu äußern. In einer Pressekonferenz verkünden sie, wir erwischen jeden Schurken. Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf das geplante europaweite Antifälschungsprojekt Secure Farm. Es soll dafür sorgen, dass Lieferketten lückenlos dokumentiert und Medikamente eindeutig identifiziert werden können. Auf der einen Seite kann man natürlich überlegen, die Kontrollen in der Frequenz und in der Intensität noch zu erhöhen, in den vielen Tausenden von Städten, Produktionsstädten in Indien oder China oder auch in Südamerika. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, kriegt man das je flächendeckend hin? Ich glaube, nein. Die Regierungen weltweit müssen wach werden. Man muss der Realität ins Auge sehen. Menschen müssen aufgeklärt werden. Es ist doch merkwürdig, wir wissen mehr über das Tierfutter, das unsere Hunde und Katzen essen, als darüber, woher unsere Medikamente stammen. 2016 hat Aline Plansant den Dienst bei Interpol quittiert. Sie hat weltweit die Kriminellen gejagt. Jetzt will sie sich um die Opfer kümmern. Darum hat sie ein unabhängiges Hilfsprogramm gestartet. F-MIT soll Opfer von Arzneimittelkriminalität mit Experten vernetzen und vor allem Opfern Gehör verschaffen. Wenn man die verheerenden Folgen sieht in den Familien, in den betroffenen Ländern, kann man nicht anders. Man muss dagegen ankämpfen und man muss konkret etwas tun. Der Kampf gegen den Terrorismus, Drogenkriminalität und Menschenhandel zu investieren. Was ja durchaus berechtigt ist. Die Bekämpfung von Arzneimittelkriminalität hatte keine Priorität. Natürlich darf man nicht zu naiv sein und glauben, dass eine Gruppe von 29 Pharmaunternehmen, die ihr Geld zur Verfügung stellen, nicht eigene Interessen verfolgt. Natürlich wollten sie vor allem ihre Qualitätsprodukte schützen. Zu Fragen der Arzneimittelsicherheit sollten auch Vertreter der Pharmaindustrie zu Wort kommen. Wiederholte Bitten um Stellungnahme beim Bundesverband der Generikahersteller, hier bei einer Pressekonferenz zum Thema Engpässe bei der Arzneimittelversorgung, werden abgewiesen. Dabei bestätigt eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger für den Verband, dass es durch die Produktion in Niedriglohnländern auch Qualitätsmängel gäbe. Sie stellten ein Risiko dar für die Antibiotikaversorgung in Deutschland. Ein Lösungsvorschlag der Pharma-Lobbyisten, staatliche Förderung zur Rückholung der Produktionsstätten nach Deutschland. Auch die wichtigsten Verbände der Originalhersteller lehnen es ab, sich uns gegenüber zum Problem minderwertiger Medikamente und zu Schwachstellen in der legalen Lieferkette zu äußern. In einer Pressekonferenz verkünden sie, wir erwischen jeden Schurken. Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf das geplante europaweite Antifälschungsprojekt Secure Farm. Es soll dafür sorgen, dass Lieferketten lückenlos dokumentiert und Medikamente eindeutig identifiziert werden können. Auf der einen Seite kann man natürlich überlegen, die Kontrollen in der Frequenz und in der Intensität noch zu erhöhen, in den vielen Tausenden von Städten, Produktionsstädten in Indien oder China oder auch in Südamerika. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, kriegt man das je flächendeckend hin? Ich glaube, nein. Die Regierungen weltweit müssen wach werden. Man muss der Realität ins Auge sehen. Menschen müssen aufgeklärt werden. Es ist doch merkwürdig. Wir wissen mehr über das Tierfutter, das unsere Hunde und Katzen essen, als darüber, woher unsere Medikamente stammen. 2016 hat Aline Plansant den Dienst bei Interpol quittiert. Sie hat weltweit die Kriminellen gejagt. Jetzt will sie sich um die Opfer kümmern. Darum hat sie ein unabhängiges Hilfsprogramm gestartet. F-MIT soll Opfer von Arzneimittelkriminalität mit Experten vernetzen und vor allem Opfern Gehör verschaffen. Wenn man die verheerenden Folgen sieht in den Familien, in den betroffenen Ländern, kann man nicht anders. Man muss dagegen ankämpfen und man muss konkret etwas tun. Die deutschen Apotheken sind relativ sicher, aber man ist auch in der Apotheke nicht davor gefeuert, irgendwann mal eine Fälschung in die Hand gedrückt zu bekommen. Das haben ja Fälle in den letzten Monaten mehrfach bewiesen. Petra H. lebt seit sechs Jahren mit der Diagnose Nierenkrebs. Es bilden sich neue Metastasen. Kann es sein, dass ihre Krebsmedikamente nicht gewirkt haben? Gerade der Nierenkrebs ist eine ganz fiese Krebsart. Da verstecken sich Metastasen jahrelang und kommen dann raus. Und dann geben die was, was vielleicht gar nicht hilft. Ja, ist natürlich, was sollen sie da machen? Das ist Hilflosigkeit. Daher bekommt sie einfach Hilflosigkeit. Und das ist auch eine Sache, die mich wahnsinnig wütend macht. Petra H. weiß von Anfang an, dass es keine Heilung für sie gibt. Trotz des fortgeschrittenen Stadiums gelingt es den Ärzten an der Uniklinik München, ihr Leben zu verlängern. Sie verschreiben ihr Krebsmedikamente, darunter das hochpreisige Soutent des Herstellers Pfizer, das Frau H. aus einer deutschen Apotheke bezieht. Die Patientin hat durch die Einnahme des Medikamentes eine gute kontrollierte Tumorsituation gehabt. Bei einer erneuten Packung war die Wirksamkeit überhaupt nicht mehr gegeben. Und die Patientin hatte auch keine Nebenwirkungen mehr, sodass wir davon ausgehen, dass das eine Medikamentenfälschung war. Und dann nach Einnahme des gefälschten Präparates kommt es zum Wachstum von neuen Metastasen bei der Patientin, die sie sonst nicht gehabt hätte in dieser Situation. Und durch die Pause, d.h. durch die Nicht-Einnahme dieses Medikamentes, durch Weiterführung eines wirkungslosen Medikamentes, hat sich sicherlich Lebenszeit verloren. Nur eine Fälschung, so Professor Stähler, könne schuld sein an der dramatischen Verschlechterung des Krankheitsverlaufs bei seiner 65-jährigen Patientin. Das ist eine Katastrophe. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, im Rahmen einer Krebserkrankung ein frühzeitiges Ableben in Kauf zu nehmen, ist für mich ein billigendes Töten von Patienten zur Maximierung eigener Profite. Der Patientin wurde Lebenszeit genommen. Sie vertraute den Medikamenten, fühlt sich jetzt ausgeliefert. Als Patient stecken sie da nicht drin. Da können sie nur sagen, wie furchtbar das ist und wie schrecklich und gemein und was alles, aber sie haben keine Handhabe. Die Politik verweist auf umfangreiche Vorschriften für die Pharmabranche und ein engmaschiges Kontroll- und Meldesystem. Apotheker Dr. Detlef Glas, der sich seit Jahren mit gefälschten Medikamenten beschäftigt, ist eher skeptisch. Ich habe mal gegenüber einem Staatsanwalt die Aussage getroffen, dass wenn eins meiner Kinder an Krebs erkranken sollte, dann länderübergreifend und sogar kontinentübergreifend dazwischen sind und diese Vertriebskette dann völlig aufgeweicht wird, komplex wird, unübersichtlich wird, intransparent wird. Und da muss man einfach sagen, die lückenlose Kontrolle ist nicht so, wie sie eigentlich wohl sein sollte. Apotheken sind in Deutschland dazu verpflichtet, täglich ein Medikament zu kontrollieren. Das bedeutet, eine Suche nach äußerlichen Auffälligkeiten. Es ist natürlich, gebe ich zu, eine sehr makroskopische Untersuchung, geht sicherlich nicht ins Detail. Also Sie werden nicht glauben, wie viele Fehler da auch schon passieren. Apotheker Glas meldet regelmäßig Verdachtsfälle an die Arzneimittelkommission, auch an Herstellerfirmen. Weil jetzt sind hier hochsensible Daten, also Brüchtsfälle, Verdacht auf Qualitätsmängel, Qualitätsmängel. Meine Erfahrungen sind die auch, wo wir teilweise direkten Kontakt mit Herstellern hatten bei Verdacht von Arzneimittelfälschung, dass die Hersteller da komplett abblocken und dieses Thema am liebsten totschweigen. Noch ein Beispiel. Der Pharmakonzern Pfizer und das Krebsmittel Soutent. Pfizer hat es 2006 auf den Weltmarkt gebracht. Ein neuartiges Präparat, das als Tablette eingenommen wird und mehrere tausend Euro pro Monat kostet. 2011 beauftragt Pfizer Wirtschaftsdetektive. Sie sollen herausfinden, ob das teure Soutent in Deutschland illegal erhältlich ist und treffen in Berlin einen Zwischenhändler aus Großbritannien. Sie tarnen sich als Pharmagroßhändler. Das geht aus uns vorliegenden, geheim gehaltenen Dokumenten hervor. Ergebnis des ersten Treffens in einem Hotel am Kurfürstendamm? Die illegale Ware scheint lieferbar über Pakistan, angeblich im Diplomatengepäck. Die Detektive informieren Pfizer und recherchieren weiter. Dann die Überraschung. Pfizer weist sie an, ihre Ermittlungen einzustellen. Angeblich aufgrund der Sorge um das Ansehen der Firma. Firmeninterne Laborberichte belegen, dass Pfizer zu diesem Zeitpunkt bereits über Soutentfälschungen informiert ist. Darunter Fälschungen ohne Wirkstoff, Präparate mit zu geringer Dosierung und auch gefälschter Originalwirkstoff. Eine offizielle Warnung gibt es nicht. Erst als 2013 und 2014 Soutentfälschungen in deutschen Apotheken entdeckt werden, von Kunden, informiert Pfizer die Aufsichtsbehörde. 2014 warnt das BfArM die Öffentlichkeit vor den Fälschungen. Unsere Fragen zu den Privatdetektiven lässt Pfizer unbeantwortet. Man wolle den Fälschern ihr Werk nicht erleichtern, heißt es. Im Übrigen produziere Pfizer in einem geschlossenen System. Ein Staatsanwalt hat die Aussage getroffen, dass wenn eines meiner Kinder an Krebs erkranken sollte, dann vertraue ich den Vertriebswägen in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr. Vertrauen ist, sagt man, das höchste Gut in der Arzneimittelversorgung. Wenn Patienten nicht mehr Vertrauen in die Apotheke haben, wenn der Apotheker kein Vertrauen mehr in die Qualität des Arzneimittels hat, dann sieht es aus meiner Sicht schlecht aus. Apothekerglas verkaufte selber hochpreisige Krebsmedikamente. Er kennt auch die zwielichtigen Seiten der Branche. Da schließe ich eigentlich alle ein. Sowohl alle, was einen weißen Kittel trägt, da meine ich den Arzt mit, da meine ich den Apotheker mit. Da meine ich aber auch die mit, die hinter den Kulissen, also mit diesen teuren Arzneimitteln, an den offiziellen Vertriebswegen vorbei, diese Ware billiger an den Markt drücken, weil der kaufmännische Grundsatz im Einkauf liegt, der Gewinn ist hier, sage ich mal, die treibende Kraft. Der Handel mit Arzneimitteln ist ein globales Geschäft. Dabei bewegt sich auch die illegale Ware im Strom der legalen Handelsrouten. Es locken hohe Gewinne, sagen Ermittler. Immer wieder werden Fälschungen sichergestellt, wie hier in Frankfurt. Es wird letztendlich alles gefälscht, von Antibiotika bis zur Antibabypille. Und das ist offensichtlich die Versenderfirma in Indien. Mit 1000 Euro Investment in diesem Bereich Medikamentenfälschung können Sie bis zu 500.000 Euro verdienen. Der Zollfahndung Essen gelingt der bislang größte Schlag gegen die Fälschermafia in Deutschland. Millionen illegaler Medikamente werden bei dieser Aktion beschlagnahmt. Nach monatelangen Observationen und anderen verdeckten Ermittlungen in ganz Europa. 3,5 Millionen Tabletten, riesen Aufgriff. Und ja, das zeigt ein bisschen die Bandbreite. Wir haben eine Art von Psychopharmaka, das auch zu Abhängigkeit führen kann. Wir haben Antibiotikum, das gefälscht worden ist. Geschätzter Wert der illegalen Medikamente 14 Millionen Euro. Das war eine Bande, kann man ja so landläufig sagen, in dem der Drahtzieher in den Niederlanden saß. Dieser Drahtzieher hatte indische Wurzeln. Diese indischen Wurzeln und diese Kontakte hat er auch genutzt, um eben in Indien diese illegalen Arzneimittel einzukaufen. Auf den sichergestellten Kartons Absender der illegalen Waren. Die Spur führt nach Mumbai, heute Drehscheibe der internationalen Pharmaindustrie. Niedriglohnländer wie Indien haben Deutschland, das früher als Apotheke der Welt galt, längst in Rang abgelaufen. Die in Essen beschlagnahmten Tabletten stammen, laut Zollpapieren, von indischen Pharmaherstellern, die ihre Medikamente und Wirkstoffe in die ganze Welt liefern. Der Grönen, die Spezialeinheit von Interpol, zur Bekämpfung von Arzneimittelkriminalität. Deswegen geriet Interpol in die Kritik. Interpol war sehr froh darüber, dass eine Gruppe von 29 Pharmaunternehmen uns damals finanziert hat. Zu einem Zeitpunkt, als die Organisation das Geld brauchte. Die Regierungen haben es vorgezogen, ihre Budgets in den Kampf gegen den Terrorismus, Drogenkriminalität und Menschenhandel zu investieren. Was ja durchaus berechtigt ist. Die Bekämpfung von Arzneimittelkriminalität hatte keine Priorität. Natürlich darf man nicht zu naiv sein und glauben, dass eine Gruppe von 29 Pharmaunternehmen, die ihr Geld zur Verfügung stellen, nicht eigene Interessen verfolgt. Natürlich wollten sie vor allem ihre Qualitätsprodukte schützen. Zu Fragen der Arzneimittelsicherheit sollten auch Vertreter der Pharmaindustrie zu Wort kommen. Wiederholte Bitten um Stellungnahme beim Bundesverband der Generikahersteller, hier bei einer Pressekonferenz zum Thema Engpässe bei der Arzneimittelversorgung, werden abgewiesen. Dabei bestätigt eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger für den Verband, dass es durch die Produktion in Niedriglohnländern auch Qualitätsmängel gäbe. Sie stellten ein Risiko dar für die Antibiotikaversorgung in Deutschland. Ein Lösungsvorschlag der Pharma-Lobbyisten, staatliche Förderung zur Rückholung der Produktionsstätten nach Deutschland. Auch die wichtigsten Verbände der Originalhersteller lehnen es ab, sich uns gegenüber zum Problem minderwertiger Medikamente und zu Schwachstellen in der legalen Lieferkette zu äußern. In einer Pressekonferenz verkünden sie, wir erwischen jeden Schurken. Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf das geplante europaweite Antifälschungsprojekt Secure Farm. Es soll dafür sorgen, dass Lieferketten lückenlos dokumentiert und Medikamente eindeutig identifiziert werden können. Auf der einen Seite kann man natürlich überlegen, die Kontrollen in der Frequenz und in der Intensität noch zu erhöhen. In den vielen tausenden von Städten, Produktionsstädten in Indien oder China oder auch in Südamerika. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, kriegt man das je flächendeckend hin? Ich glaube nein. Die Regierungen weltweit müssen wach werden. Man muss der Realität ins Auge sehen. Menschen müssen aufgeklärt werden. Es ist doch merkwürdig. Wir wissen mehr über das Tierfutter, das unsere Hunde und Katzen essen, als darüber, woher unsere Medikamente stammen. 2016 hat Aline Plansant den Dienst bei Interpol quittiert. Sie hat weltweit die Kriminellen gejagt. Jetzt will sie sich um die Opfer kümmern. Darum hat sie ein unabhängiges Hilfsprogramm gestartet. F-Met soll Opfer auch genutzt, um eben in Indien diese illegalen Arzneimittel einzukaufen. Auf den sichergestellten Kartons Absender der illegalen Waren. Die Spur führt nach Mumbai, heute Drehscheibe der internationalen Pharmaindustrie. Niedriglohnländer wie Indien haben Deutschland, das früher als Apotheke der Welt galt, längst in Rang abgelaufen. Die in Essen beschlagnahmten Tabletten stammen, laut Zollpapieren, von indischen Pharmaherstellern, die ihre Medikamente und Wirkstoffe in die ganze Welt liefern. Der größte und angesehenste indische Pharmakonzern war jahrelang Rambaxi. Bis ein Mitarbeiter, Dinesh Thakur, sein Schweigen brach, die amerikanischen Behörden informierte und damit zum ersten Pharma-Whistleblower Indiens wurde. Am Ende musste Rambaxi in den USA eine halbe Milliarde Dollar Strafe zahlen. Die Firmen wollen Geld verdienen. Die Regierungen wollen Gesundheitsversorgung für ihre Bevölkerung sichern. Ein heeres Ziel. Aber sie bewegen sich auf einem sehr schmalen Grad. Denn sie wollen die Kosten unter Kontrolle behalten. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ja, Kosten sind wichtig und bislang haben wir uns nur auf die Kosten konzentriert. Sind dadurch etwa Qualitätsprobleme entstanden, von denen wir noch nicht einmal abschätzen können, welches Ausmaß sie haben. Große Pharmakonzerne lassen in Niedriglohnländern produzieren. Preiswerte Nachahmermedikamente, Generika, ebenso wie teure Originalpräparate. Damit werden Kosten gespart und es wird weniger kontrolliert. Trotzdem sollten die internationalen Richtlinien zur Qualitätssicherung, die Good Manufacturing Practice, eingehalten werden. Das Problem, die Auftragsproduzenten lagern ihrerseits zu Subunternehmern aus. Niedriglohnherstellung in Indien funktioniert so. Sie beauftragen ein drittes Unternehmen, ein kleineres Subunternehmen, wo kaum kontrolliert wird. Dort wird das Produkt hergestellt. Dann geben sie ihr Logo drauf und das geht dann in den Export. Schätzungsweise 15.000 pharmaproduzierende Unternehmen gibt es überall in Indien. Wie hier am Stadtrand der 20-Millionen-Metropole Mumbai. Dieser Hersteller für Medikamente und Wirkstoffe lässt Filmaufnahmen zu. So kann ausgelagerte Produktion auch aussehen. Die mögliche Folge, sogenannte Substandard-Arzneimittel, minderwertige und verunreinigte Medikamente. Die Richtlinien zur Qualitätssicherung sehen anderes vor. Das Problem bei Substandard-Medikamenten ist, dass es nicht in zwei, drei oder zehn Tagen Todesopfer geben wird. Denn hier geht es um Medikamente für chronische Erkrankungen. Es wird Jahre dauern und am Ende wird man sagen, der Mensch wäre sowieso gestorben. Minderwertige und gefälschte Medikamente sind in Indien nicht. Die Regierungen haben es vorgezogen, ihre Budgets in den Kampf gegen den Terrorismus, Drogenkriminalität und Menschenhandel zu investieren. Die Bekämpfung von Arzneimittelkriminalität hatte keine Priorität. Natürlich darf man nicht zu naiv sein und glauben, dass eine Gruppe von 29 Pharmaunternehmen, die ihr Geld zur Verfügung stellen, nicht eigene Interessen verfolgt. Natürlich wollten sie vor allem ihre Qualitätsprodukte schützen. Zu Fragen der Arzneimittelsicherheit sollten auch Vertreter der Pharmaindustrie zu Wort kommen. Wiederholte Bitten um Stellungnahme beim Bundesverband der Generikahersteller, hier bei einer Pressekonferenz zum Thema Engpässe bei der Arzneimittelversorgung, werden abgewiesen. Dabei bestätigt eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger für den Verband, dass es durch die Produktion in Niedriglohnländern auch Qualitätsmenge gäbe. Sie stellten ein Risiko dar für die Antibiotikaversorgung in Deutschland. Ein Lösungsvorschlag der Pharma-Lobbyisten, staatliche Förderung zur Rückholung der Produktionsstätten nach Deutschland. Auch die wichtigsten Verbände der Originalhersteller lehnen es ab, sich uns gegenüber zum Problem minderwertiger Medikamente und zu Schwachstellen in der legalen Lieferkette zu äußern. In einer Pressekonferenz verkünden sie, wir erwischen jeden Schurken. Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf das geplante europaweite Antifälschungsprojekt Secure Farm. Es soll dafür sorgen, dass Lieferketten lückenlos dokumentiert und Medikamente eindeutig identifiziert werden können. Auf der einen Seite kann man natürlich überlegen, die Kontrollen in der Frequenz und in der Intensität noch zu erhöhen. In den vielen tausenden von Städten, Produktionsstädten in Indien oder China oder auch in Südamerika. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, kriegt man das je flächendeckend hin? Ich glaube nein. Die Regierungen weltweit müssen wach werden. Man muss der Realität ins Auge sehen. Menschen müssen aufgeklärt werden. Es ist doch merkwürdig. Wir wissen mehr über das Tierfutter, das unsere Hunde und Katzen essen, als darüber, woher unsere Medikamente stammen. 2016 hat Aline Plansant den Dienst bei Interpol quittiert. Sie hat weltweit die Kriminellen gejagt. Jetzt will sie sich um die Opfer kümmern. Darum hat sie ein unabhängiges Hilfsprogramm gestartet. F-MIT soll Opfer von Arzneimittelkriminalität mit Experten vernetzen und vor allem Opfern Gehör verschaffen. Wenn man die verheerenden Folgen sieht in den Familien, in den betroffenen Ländern, kann man nicht anders. Man muss dagegen ankämpfen und man muss konkret etwas tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.